Schade. Sehr, sehr schade. Muss ich kurz umdrehen. Und, oh Gott, ich hoffe, ich falle nicht ins Wasser. Aber das war doch trotzdem mal spannend, finde ich. Ähm, hm. Fänden wir zufällig gleich das nächste Flugzeug. Das wäre natürlich cool. Tut mir leid, wenn das jetzt vielleicht langweilig für euch ist, aber ich finde es eigentlich ganz spannend. Das wird, ähm, ich meine, hier kann man so viel machen, da muss es einfach mal drankommen. Komm, durch die Brücke. Oh, das schaffe ich je nicht. Ich verrecke. Ich werde verrecken. Oh. Warte, warte. Oh. 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 Böse. Böse. Richtig böse. Ja. Aufsteigen. Ja, das ist natürlich jetzt sehr böse. Ich habe fünf Sterne. Das Ding explodiert gleich. Ich liege nur auf dem Boden. Böser geht's nicht, würde ich mal sagen. So. Und jetzt können wir eigentlich nur noch das machen und uns gegen die Polizei verteidigen. So, da ist das aber explodiert. Und ich werde jetzt einfach mal ganz cool hier stehen bleiben oder warten auf die Polizei. Ja, traue keinen brennenden Fahrzeugen, habe ich gelernt jetzt. Und keinen brennenden Menschen. Denn die wollen alle nur dann tot. Ach, lustig. Und das gleich neben dem Feuerdepartment. Oder Feuerwehrdepartment. Ob man damit eigentlich rumspritzen kann. Ich glaube, ich habe es noch nie probiert. Vielleicht gleich mal gucken. Ja, das ist doch ein Traum jedes Jungen ein bisschen rumspritzen zu können. Versteht mich nicht falsch. Oh, die können auch auf zwei Rädern fahren. Oh, der schießt auf mich. Das FBI. Ich treffe mich überhaupt. Ha, 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 ha. Ihr werdet alle nass. Ihr werdet alle nass. Ich nehme euer Auto mit Schaffung. Einmal duschen, kann auch nicht schaden. So, komm, voll mit der Fresse gegen das Auto. Ha, ha, das hat keine Chance. Jetzt nochmal schön nass spritzen. Oh, die Hubschrauber dann nass spritzen. Geilig, geilig. Ja, ich würde sagen, ich spiele jetzt nur so lange, bis ich tot bin. Oh. Na ja, ich fahre halt auf der Seite weiter. Komm schon. Ja, dreh dich um. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Jawoll. Ein Seiten-Wheelie mit einem Feuerwehrauto. Das ist natürlich auch was sehr Schickes. Und ich bin mal gespannt, wie lange ich noch drüber leben werde. Ich werde mir jetzt auch keine Gesundheit mehr tieten. Das wäre das ja fast unendlich hier. Ich werde jetzt einfach voll die, den Trift hinlegen. Wui. Zack. So war das geplant. Die Polizei rast einfach erstmal dezent an mir vorbei. So soll das sein. Verfolgen wir jetzt mal die Polizei. Natürlich hört blaue Licht. Komm, rammern wir den mal. Hey. So. Ich glaube, über mir ist ein Hubschrauber. Ui, wer schießt da auf mich? Wer schießt da auf mich? Komm, ich stelle mich jetzt hier hin. Mitten ins Rampenlicht. Komm, wir wollen mal ein bisschen, 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 ähm, Explodier-Action haben. Oh, nein. Haben wir jetzt selber in die Luft gesprengt oder war ich einfach so fällig? Na okay, ich werde hier auch als Beschossener von allen Ecken. Hm. Nun gut. Ich würde sagen, das war es erstmal für die, ich weiß nicht wie viele Parts geworden sind. Ich denke mal so zwei, drei. Naja, kann halt jetzt auch immer sein, dass ein Part dann nur sieben Minuten oder zehn Minuten lang wird. Ich gucke einfach mal, wie ich das managen kann. Und so wird es dann demnächst einfach weitergehen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und zum Schluss sage ich, lebt wohl. Tschüss. 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 Vielen Dank.